Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zuerst mal das Wort an den Kollegen Schaufert richten. Ich bin wirklich entsetzt von diesem menschenverachtenden Kommentar, das Sie mal wieder in Ihrer Rede abgelassen haben. Man kann eigentlich von der AfD an der Stelle nichts anderes erwarten, möchte aber zu der ganzen Thematik auch eins sagen, weil mich das in den letzten Wochen wirklich, ja, teilweise entsetzt hat, aber mich auch beschäftigt hat, ist, ich gebe auch eine Warnung Richtung CDU ab. Gehen Sie nicht auf diese Argumente ein, gerade wenn es ums Thema Einbürgerung geht, gerade wenn es ums Thema Modernisierung vom Asyl- und Migrationsrecht geht, weil da kommen Sie ganz nah, ganz nah an den rechten Rand ran. Das ist so, das ist menschenverachtend, was teilweise da gemacht wird. Ja, das ist, wenn man davon spricht, Einbürgerung, ja, wird verramscht, Staatsrecht wird verramscht. Ja, doch, das ist so, das ist so, das ist meine Meinung dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Abgeordnete Haas hat das Wort. Ich bitte noch mal zur Ruhe zu kommen. Ja, es tut vielleicht manchmal weh, ne, wenn man das hört. Ist so, ist so, aber das geht nicht. Und deswegen, und deswegen sage ich auch an der Stelle eins, ist es ganz gut, dass wir hier in diesem Land, dass wir in diesem Land jetzt das Innenministerium haben, denn jetzt führen wir hier mal einen Paradigmenwechsel, was die, was ein modernes Migrations-, Migrations- und Asylrecht angeht. Unser Innenminister Joost, der handelt nämlich so, wie es auch, ja, wie man es sich wünscht. Nämlich, dass man Menschen, die hier Schutz suchen, die hier in diesem Land schon länger leben und diejenigen, die hier zu uns kommen wollen, um hier zu arbeiten, dass diejenigen, Sie reden die ganze Zeit machen, hier soll niemand reinrufen, Sie machen nichts anderes die ganze Zeit. Ja, Herr Theis, Sie gehen mir eh schon den ganzen Morgen auf den Geist. Sorry. So, aber es ist, es ist so, ja, also, gleiche Rechte für alle Menschen, die hier Schutz suchen, die hier schon länger leben und die hier arbeiten wollen, alle Chancen und Perspektiven für diese Menschen. Das ist moderne Asyl- und Migrationspolitik. Die geht mit Innenminister Joost und der SPD-Alleinregierung. Und darauf bin ich in den nächsten Jahren stolz daran, mitzuarbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Gegenteil zu dem, was hier immer wieder behauptet wird, unser Innenminister würde die Kommunen im Stich lassen zu einer schwierigen Situation. Das hat er gerade nicht. Er hat gehandelt. Er hat die letzten Monate gehandelt. Er hat die Kommunen unterstützt, indem er die Bearbeitungsprozesse zum Beispiel beschleunigt hat, gerade für ukrainische Menschen, die hierher geflohen sind, damit sie schnell vom Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis des SGB II kommen, um auch zu arbeiten, um sich weiterzubilden oder weiter zu studieren. Wir haben eine Lösung gefunden für Drittstaatsangehörige aus der Ukraine, damit sie auch hier Fuß fassen können, damit wir ihnen hier eine Perspektive geben können. Denn wir brauchen sie. Wir haben heute Morgen so oft über Fachkräftemangel gesprochen. Es ist einmal so, dass Saarland und Deutschland sind ein Einwanderungsland. Wir müssen diese Einwanderung, wir müssen sie gestalten. Wir müssen diesen Menschen hier eine Chance geben. Und das, lieber Reinhold, das, glaube ich, ist eine sehr große Aufgabe. Aber ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam mit dir an der Stelle auch hinbekommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Bauern möchte ich an der Stelle auch nur noch ein paar kurze Worte finden. Sie haben eben eine schöne Bestandsaufnahme gemacht, Herr Schäfer, was alles eigentlich in den letzten Jahren, wie das Innenministerium unter Klaus Bullion geführt wurde, nicht geklappt hat. Ja, diese Bestandsaufnahme, die haben wir gemacht, als wir das Haus übernommen haben. Und wir arbeiten jetzt seit Monaten dran, nämlich in die Zukunft zu arbeiten. Sozialer Wohnungsraum. Ich habe auch verschiedene Veranstaltungen. Herr Bullion immer gehört, der gesagt hat, wir brauchen ja gar keinen Neubau an Sozialwohnungen. Der Bedarf ist gar nicht da. Das hat er ganz oft gesagt. Doch. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie viel sozialer Wohnraum ist in dieser Zeit entstanden, das deckt absolut nicht den Bedarf, den wir in den Regionen haben, hier im Großraum Saarbrücken, aber eben auch in der Grenzregion zu Luxemburg. Und deswegen bin ich froh, dass das, was Pascal Ahrweiler eben auch gesagt hat, wir jetzt einen Neustart hinlegen können im sozialen Wohnungsbau und endlich mehr bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau in diesem Land gemeinsam mit öffentlichen und privaten Trägern hinbekommen werden. Und zu guter Letzt Feuerschutzsteuer. Ja, es ist ja auch so ein Märchen. Wir nehmen ja den Kommunen kein Geld weg. Wir rechnen, wenn man sich, schauen Sie doch in den Haushalt rein, ja. Wir nehmen den Kommunen kein Geld weg, sondern wir gehen mit den Mehreinnahmen hin und verteilen sie anders. Ja, das Land nimmt sich von den Mehreinnahmen 5 Prozent mehr, um das Ehrenamt der Feuerwehr an der Stelle zu stärken. Sie reden an der einen Stelle beim Sport darum, das Ehrenamt zu stärken und an der anderen Stelle ist es Ihnen dann scheinbar egal. Und deswegen finde ich, muss man das an der Stelle auch mal richtigstellen. Jetzt ist meine Zeit vorbei, nicht, dass meine PGF gleich die rote Karte hebt. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen und wünsche noch eine gute Beratung. Applaus 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 Applaus